Ja Leute, es ist Weihnachtszeit, es ist Adventszeit und es ist Glühweinzeit. Und damit der Nachschub immer rollt, gucken wir mal, dass genug da ist. Immer frisch abgefüllt geht er jetzt in die Kartons und ab zu unseren Kunden. Keine Sorge, wir haben genug und wir sorgen für reichlich Nachschub für die Adventszeit. Euch allen eine schöne Adventszeit und immer einen ordentlichen Glühwein im Bessel.